Wir wollen nicht nur, dass die Leute in Krisen leben, in Not leben. Wir wollten eigentlich den Wohlstand vor allem. Wir wollen, dass die auch die Zielgruppen oder die Leute, die wir auch mit unserem Hilfsprogramm unterstützen, dass sie nicht nur von ihrem Not raus, sondern dass sie ein würdiges Leben erleben. Die Ziele von Islamic Rief hat sich auch erweitert. Vorher vor einer krisengetriebene Organisation mit einem Ziel, einfach schnelle Hilfe zu leisten und einfach Reaktion auf jede Krise zu einer humanitären, professionellen Hilfsorganisation, die auch eine Entwicklungsziele hat. Islamic Rief engagiert sich in verschiedenen Gremien, beim FNRO, bei der Aktion Deutschland hilft, auch bei Gemeinsam für Afrika, wir sind auch bei Klima-Allianz sehr aktiv dabei. Das heißt, die Erweiterung von aller unserer Visionen vorjahr und auch die Ziele hat sich verändert in die Richtung, wie können wir uns auch eine Rolle spielen hier, als eine deutsche Organisation mit anderen deutschen NGOs, was können wir einen Beitrag leisten zu der anderen Seite in der Welt. Unser Mehrwert ist nicht in vielen Spendeneinnahmen zu erhalten, sondern der Ansatz von Islamic Rief in verschiedenen Ländern eine Wirkung bringt. Es geht mehr darum, wie können wir das Welt ein Stück besser nach vorne bringen. Und das jetzt und dann ist einer von unseren strategischen Zielen bei Islamic Rief.